Low-Carb-Marmorkuchen Ein vegetarisches Kochbuchrezept für einen leckeren und gesunden Low-Carb-Marmorkuchen. Zutaten 200 Gramm Mandelmehl 100 Gramm Erythrit oder ein anderes Süßungsmittel nach Wahl 4 Eier 100 Gramm Butter oder Kokosöl, geschmolzen 1 Teelöffel Backpulver 1 Prise Salz 2 Esslöffel Kakaopulver 50 Milliliter Milch oder Pflanzendrink Zubereitung Den Backofen auf 180 Grad Celsius vorheizen und eine Kastenform mit Backpapier auslegen. In einer großen Schüssel das Mandelmehl mit dem Erythrit, dem Backpulver und dem Salz vermischen. In einer anderen Schüssel die Eier mit einem Schneebesen oder einem Handrührgerät schaumig schlagen. Die geschmolzene Butter oder das Kokosöl langsam unter die Eier rühren, bis eine homogene Masse entsteht. Die Hälfte der Eiermasse zu der Mandelmehlmischung geben und gut verrühren. Die andere Hälfte der Eiermasse in eine separate Schüssel geben und das Kakaopulver und die Milch oder den Pflanzendrink unterrühren. Nun abwechselnd Teelöffel von der hellen und der dunklen Teigmasse in die Kastenform geben, bis beide Teige aufgebraucht sind. Mit einem Holzstäbchen oder einer Gabel durch den Teig fahren, um ein Marmormuster zu erzeugen. Den Kuchen für etwa 40 Minuten im Ofen backen, bis er goldbraun ist und ein Zahnstocher sauber herauskommt. Den Kuchen aus dem Ofen nehmen und etwas abkühlen lassen, bevor er aus der Form gestürzt wird. Nach Belieben mit Puder Erythrit bestäuben oder mit einer Schokoladenglasur überziehen. Guten Appetit!